Drei Steine. Graphic-Novelle gegen rechts. Die Ausstellung in Jena. Thüringen. 1983 im Ruhrpott. Die Holocaust-Leugnung des Mitschülers Andreas brachte mich dazu, meine Meinung gegen Nazis zu sagen. Doch Andreas war schon zu tief in die Nazi-Szene mit Hooligans und ehemaligen SS-Mist-Kerlen in Dortmund-Dorstfeld verstrickt. Ich überlebte dann schwer verletzt zwei Mordanschläge. Die Graphic-Novelle erschien 2016 und ich habe bisher über 150.000 Jugendliche mit Lesungen an Schulen erreicht. Der Epilog ist dem Andenken an die Opfer des Holocaust und den mutigen Heldinnen und Helden des Widerstands gegen die Nazis gewidmet. Die Originalzeichnungen, Skizzenbücher, Medienstationen und vieles mehr werden vom 3. Mai bis 14. Oktober 2024 in der Villa Rosenthal der Stadt Jena gezeigt. Infos wie Adresse, Öffnungsseiten, Führungen, Lesungen und Workshops unter dreisteine.com. Slash Jena Fl象 wie Adresse, Fl象 wie DKGM